Ich habe unsere Waschmaschine an meine Mutter verschenkt und deswegen ist jetzt Theresa sauer. Weil ich Theresa nichts davon gesagt habe, konnte sie jetzt eine Woche nicht waschen. Aber was sie nicht weiß, ich bin extra nach Berlin gefahren, um ihre Cousine zu treffen und ihr eine neue Waschmaschine von Bosch zu besorgen. Ich habe extra die allerneueste der Serie 8 genommen. Und in der Früh, als Theresa noch geschlafen hat, habe ich sie dann aufgebaut. Ich liebe einfach das Abziehen der Folie. Dann musste ich noch die vier Schrauben auf der Rückseite entfernen, denn die blockieren sonst die Waschtrompe. Diese Waschmaschine hat echt special Fähigkeiten. Zum Beispiel hat sie Eidos. Das bedeutet, sie kann das Waschmittel einfach selber dosieren. Zudem hat sich Theresa immer über die zerknitterten T-Shirts beschwert. Aber die neue Maschine hat einfach Ironer sind. Das bedeutet, die Wäsche kommt unzerknittert raus.